Liebe Freundinnen, liebe Freunde, im Herbst 2020 trage ich unserer Partei bei, um diesem Land, das mir so vieles ermöglicht hat, etwas zurückzugeben und mich aktiv gegen den Rechtsextremismus und Populismus in Sachsen einzusetzen. Es gibt mir Hoffnung, dass in diesen Tagen hunderttausende Menschen, viele von ihnen zum allerersten Mal, auf die Straßen gehen, um unsere Demokratie zu verteidigen. Der Schutz unserer Demokratie ist auch für uns im Leipziger Norden Alltag. Wir sind schon auf die Straße gegangen, als die Corona-Leugner durch Golis spazieren wollten. Wir gehen zu Sitzungen von Ortschaftsräten und Stadtbezirksbeiräten, wenn es darum geht, dass neue Geflüchtetenunterkünfte eröffnet werden sollen. Und, so wie jetzt in diesen Tagen, organisieren wir Gegenprotest, wenn einschlägig bekannte rechtsextreme Kundgebungen anmelden. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 stellte unser Leben auf den Kopf und dominierte auch unsere Parteiarbeit im Kreisverband über Monate. Wir sammelten Geld und Sachspenden und halfen dabei, sieben ukrainische Familien aus einem Wohnheim an der slowakisch-ukrainischen Grenze nach Leipzig, Grimma und Bad Lausik zu holen. Als eine Spontandelegation der Grünen Partei der Ukraine in Leipzig eintraf und um Hilfe bat, stellten wir Kontakt zum Bundesverband her und organisierten anschließend zusammen mit der Hilfsorganisation Leave No One Behind eine groß angelegte Spendenkampagne. Die gesammelten Mittel konnten wir investieren in mehrere Lieferungen von humanitären Hilfsgütern in die frontnahen Gebiete Dnipro, Saporizia und nach seiner Befreiung im November 2022 auch nach Herson. Es war für mich ein Zeichen besonderer Anerkennung, als Tatjana Boudoun und Vitali Kononov, die beiden Vorsitzenden der Grünen Partei der Ukraine, unsere Sitzung des Landesparteirates im Sommer 2023 in Leipzig besuchten und ihren Dank persönlich überbrachten. Sachsen hat auch eine besondere Verantwortung für Russland und besondere Verbindungen und Beziehungen dorthin. Wir fassen diese aber ganz anders auf, als es Michael Kretschmer tut, der sich regelmäßig dem Aggressor und Diktator Putin anbietet. Wir arbeiten beispielsweise mit einem russischen Oppositionspolitiker Maxim Katz zusammen. Wir organisieren Solidaritätskundgebungen für Alexej Nawalny und Briefabende für politische Gefangene in Russland. Nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel, auf die Zivilbevölkerung, war es mir sehr wichtig, dass wir im Kreisverband klar Position beziehen und uns gegen jeden Antisemitismus einsetzen. Den Schwerpunkt meiner programmatischen Arbeit bei den Bündnisgründen bildet aber die Wirtschaftspolitik. Mit der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen in Leipzig konnten wir an vielen Konzepten schreiben zur Steuergerechtigkeit, zur nachhaltigen Ausrichtung der öffentlichen Beschaffung und für Gründungsförderung. Mit der LRG Wirtschaft arbeiteten wir an Anträgen zur Boykottfähigkeit vom russischen Gas an dem wirtschaftspolitischen Leitantrag und lieferten natürlich auch Impulse für das Landtagswahlprogramm. Mit der Wirtschaftstour der AG Wirtschaft und Finanzen und dem digitalen Bündnisgrünen Wirtschaftsdialog konnten wir Kontakte zu Unternehmen und Verbänden knüpfen und die Sichtbarkeit der Bündnisgrünen Wirtschaftspolitik in der sächsischen Gesellschaft erhöhen. Das Thema Energie bewegt viele Gemüter. Die Diskussion, die öffentliche Debatte hat deutlich an Dynamik gewonnen, aber nicht unbedingt an Qualität. Ich bin selbst kein Energieexperte, halte es aber für enorm wichtig, dass jedes bündnisgrüne Mitglied, was sich am Wahlkampf beteiligt, mit entschiedenen und überzeugenden Worten gegen die Polemik von Jens Spahn, Michael Kretschmer und der BILD argumentieren kann. Dafür setze ich mich ein. Mein Name ist Stanislav Elinson, ich bin 38 Jahre alt, ich bin verheiratet, wir haben zwei Töchter, 9 und 5 Jahre, wir wohnen in Leipzig-Gohles-Mitte. Seit 15 Jahren begleite ich als IT-Unternehmen die mittelständischen Unternehmen und gemeinnützigen Einrichtungen bei der Digitalisierung ihres Rechnungswesens und Controllings. Ich bin Direktkandidat im Wahlkreis 31 und bewerbe mich hiermit um einen mittleren Platz auf der Landesliste der Bündnisgrünen für die Wahl zum Sächsischen Landtag. Und bitte um eure Unterstützung. Vielen Dank.